Besuch am Frühstückstisch. Kuki der Tukan. Hallo Kuki. Guten Morgen Kuki. Jetzt haben wir auch mal ein Tukan gesehen hier in Arenal. Aber du kriegst ja nicht. Kuki. Ja Kuki Kuki. Kuki Kuki. Das ist ja jetzt sehen wir ein Tukan Schatzi. Der besucht uns sogar am Tisch. Jetzt geht er wieder. Kuki. Ja jetzt lassen wir noch ein Batzen fallen. Kuki Kuki. Der sieht so, als ob er gar nicht echt ist, statt sie. Jetzt ist er wieder da. Wurde gerade mit Avocado. Mit Avocado gefüttert. Das sieht aus wie einer da ein Frosch. Hopps. Na Kuki, hat es geschmeckt? Ja klar. Hallo Kuki. Kuki Kuki. Hallo Kuki. 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 Kuki Kuki. Na. Na. Upsa. Jetzt ist er runtergefallen. Lass dich mal streicheln. Na, du? Kuki, Kuki. Na, Kuki? Willst du gestreichelt werden? Kuki, Kuki. Hallo, Kuki. Kuki, Kuki. Kuki, Kuki. Na. Na. Lässt dich streicheln? Schönen, gell? Dir gefällt das. Kuki, Kuki. Hi. Schönerfstände. Schön, schön. Hallo!